Carpe diem, dieser Satz hat eine tiefere Bedeutung für mich bekommen. Man lernt jede Stunde zu genießen. Mein Humor werde ich mir immer bewahren, denn es gibt viel zu viele Alltagsprobleme, über die wir uns den Kopf zerbrechen. Der Wert von Familie und Freunden wird mir immer bewusster und sucht den Kontakt intensiver. Ich konnte schon immer sehr gut zuhören und raushören, was die Menschen bewegt. Aber ich denke, dass ich heute nicht mehr nur zuhöre, sondern auch verstehe. Ich denke, dass ich heute nicht mehr so gut zuhören. Ich denke, dass ich heute nicht mehr so gut zuhören. Ich denke, dass ich heute nicht mehr Leo war und ambiguity etwas verrät. Vielen Dank.